aus meiner sicht ist heilung dass du lernst mit deinen verletzungen zu leben ohne dass sie weiter dein leben bestimmt bewusstheit hineinbringt dass du das annimmst und es ist im übrigen auch wahrscheinlich ein unvermeidlicher schritt damit du selber dein mitgefühl entwickelst weil dann irgendwann anfängt auch die anderen menschen die anderen männer die anderen frauen mit diesem blick zu betrachten dass du weißt die bringen ihre verletzungen mit die bringen sie zum beispiel mit in die beziehung und da fängt dann auch vielleicht der weg an wo du jetzt mal um auf beziehungen zu sprechen zu kommen du raum schaffen kannst wo du nicht erfüllen muss was vielleicht am kindlichen anteil eine frau von dir will aber dass du ja sagst dazu dass sie auch ihre ihre ihren weg ihren heilungs geben darf weiß was ihre punkte sind und ihre schwachpunkte ihre schwierigkeiten und bereit ist sie da zu unterstützen und dann kommt ja aber noch etwas mehr dann geht es ja auch noch um die frage was sind deine werte was ist so etwas wie männliche spiritualität für dich und am ende heißt ja eigentlich die frage wie stellst du deine garten oder das was du an potenzial entfaltet das eigentlich sozusagen der welt zur verfügung weil ich glaube dass das letztendlich die sehnsucht von männern wie frauen ist aber definitiv von uns männern ein thema ist dass wir angehen müssen ist natürlich hilfreich wenn die frau wirklich versteht dass der mann ein stück weit seinen eigenen weg gehen muss und dass er auch dass er einfach unter männer gehen muss um seine themen zu bearbeiten und dass dass er dafür dann mal aus dem haus geht für nimmer zu weinen die emotionalität der fraude die die der zugang zu den gefühlen und dem unmittelbaren ausdruck von gefühlen die frauen haben ist für uns männer auch ein geschenk es ist auch manchmal absolut notwendig dass wir vor diese wand laufen und das über uns drüber schwappen weil es sonst so einfach wäre sich vor die sportschau zu setzen sagen es ist ja auch eine not genauso wie das was was sie da in der rutsche letzten entladung sex nennt letztendlich aus einer not der männer kommen aber da diesen 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 negativen kreislauf anzuhalten und bewusstsein reinzubringen egal ob der man damit anfängt oder die frau idealerweise machen es beide gleichzeitig das zum beispiel wäre schon sehr sehr hilfreich